Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, Bilder und Elementor, das sind zwei Sachen, die passen sehr, sehr gut zusammen. Bedeutet, wir schauen uns heute das Galerie Widget von Elementor, also das Basic Galerie Widgets, von den Widgets, die eben noch kein Geld kosten, also alles, was kein Elementor Pro ist, einmal ein wenig genauer an. Warum? Weil ich bin gerade mitten in meiner Videoserie, wo ich alle Basic Widgets von Elementor einmal erkläre. Ich freue mich schon, wenn wir endlich bei den Pro Widgets angelangt sind und noch mehr freue ich mich, wenn wir dann mit dieser ganzen Videoserie hier einmal durch, weil dann kann ich endlich das machen, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht und das sind Komplettanleitungen. Da habe ich schon einige gemacht, die kommen auch auf meinem noch brandneuen YouTube Kanal am besten an. Aber nicht so viel Quatschen, Stefan. Wir gehen jetzt erstmal die Basics durch und schauen uns das Bildergalerie Widget von Elementor einmal ein wenig genauer an. Und hier sind wir auf meiner Testseite für diese Videoserie. Bedeutet, so kann das Galerie Widget dann am Ende final ausschauen. Doch bevor wir uns die einzelnen Funktionalitäten einmal komplett anschauen, noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Solltest du aus unerklärlichen Gründen noch nicht mit Elementor oder auch noch nicht mit Elementor Pro arbeiten, dann lasst uns einmal gemeinsam auf folgende Seite gehen. stefan-wirt.de slash tools Enter Da kommen wir auf meine Seite, wo ich ziemlich viele von den Tools vorstelle, die ich sowieso eigentlich tagtäglich verwende. Du kommst dir übrigens auch hin, wenn du einfach nur auf meiner Homepage bist, sprich stefan-wirt.de Alles unter dem Video verlinkt. Hier steht es auch nochmal, was ich mache. Lerne, wie du mit WordPress deine Website selbst erstellen kannst. Und ganz oben rechts habe ich ein Reiter Tools für dich erstellt. Da siehst du alles, was ich verwende. Zum Beispiel natürlich Elementor, Krokoblog und so weiter. Und hier habe ich eben auch mit meinen eigenen Worten kurz beschrieben, warum ich Elementor nutze. Und zwar der Page Builder Elementor ist in der eingeschränkten, kostenlosen Version für Basics vollkommen ausreichend. Doch Achtung, wenn du die Elementor Pro Version kaufst, verwandelt sich Elementor vom reinen Page Builder zum leistungsstarken Theme Builder. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst dann eben die Theme Builder Funktion von Elementor nutzen, sprich Header, Footer, Blocklayout etc. Alle deine Designs, sage ich jetzt mal, einfach einstellen, sodass du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich Spaß macht. Nämlich auf das, was du liebst, auf deinen Content. Also Elementor Pro, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Deswegen hier final noch geschrieben, Elementor Pro zaubert mir durch die Einfachheit und Zeitersparnis einfach jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist tatsächlich so. Und warum zeige ich dir das? Logisch, ich freue mich, wenn du hier natürlich über meinen Link gehst. Da kannst du dir auch erstmal die komplette Gratis-Version von Elementor holen, also Elementor Free und dich dann später auch erst für Elementor Pro entscheiden. Und ich zeige es dir natürlich, weil ich kriege eine kleine Provision. Du zahlst nicht mehr, unterstützt damit mein Projekt hier. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du über meinen Link gehst. Doch lass uns zurück zur Anleitung springen. So, hier sind wir auf meiner Tutorial-Seite für diese Serie. Hier siehst du schon die Galerie, die mache ich jetzt einmal zu. Bedeutet, wir machen alles gemeinsam. Hier oben hast du so ein paar verschiedene Quadrate. Da kannst du einmal draufklicken, da siehst du alle Widgets von Elementor. Ich scroll mal kurz nach oben. Die alle hier habe ich schon gemacht. Da habe ich schon komplett Anleitung dazu. Und aktuell befinden wir uns hier unten bei den generellen Widgets. Bilderbox, Iconbox, Sterne, Bildkarussell. Habe ich alles schon. Jetzt sind wir bei der Basisgalerie. Und jetzt siehst du auch, warum Elementor als Drag-and-Drop-Bilder bezeichnet wird. Ich nehme diese Basisgalerie einmal, ziehe die hier rüber und zack, da ist sie schon drin. Das grundlegende Design bei Elementor ist immer so. Wir haben hier dieses Blaue. Das ist der gesamte Abschnitt. In einem Abschnitt haben wir jetzt die Spalte. Da kann man auch mehrere Spalten machen, indem wir jetzt einfach sagen, duplizieren und so weiter. Dann sehen wir eben auch hier im Bereich Layout beim Abschnitt Struktur. Jetzt haben wir eine Zweierstruktur, aber das nur am Rande. Und innerhalb des Abschnitts haben wir dann nochmal was Blaues. Das sehen wir mit diesem Stift hier oben rechts. Das ist dann eben das Widget, was wir gerade bearbeiten. In unserem Fall jetzt die Bildergalerie. Kann natürlich auch Text sein, eine Überschrift oder was auch immer. So, und damit wir hier sehen, was wir überhaupt machen, lohnt es sich natürlich am Anfang erstmal ein paar Bilder hochzuladen. Kleiner Hinweis noch, den Reiter erweitert schauen wir uns jetzt nicht detailliert an. Warum? Das habe ich bei den anderen Basic Widgets schon sehr ausführlich gemacht. Das ist eigentlich immer relativ das Gleiche, die Einstellmöglichkeit. Hier mache ich jetzt nur schnell eine Sache, damit du alles besser siehst. Und zwar klicke ich einmal auf den gesamten Abschnitt und im Bereich erweitert haben wir immer zuerst die Margin. Das ist der Außenabstand, weil Padding ist der Innenabstand. Und, das sage ich jetzt bei Margin an Check, oben trage ich jetzt hier mal eine 50 ein. Und du siehst, jetzt haben wir hier eben 50 Pixel Abstand, sodass du auch alles besser siehst. So, ich klicke einmal auf unsere Basisgalerie. Und dann geht es bei uns jetzt hier um Inhalt und um Stil. Wenn wir das einmal alles durchgearbeitet haben, dann weißt du, wie das Widget funktioniert. Aktuell noch keine Bilder ausgewählt, bedeutet, ich klicke hier auf das Plus und dann komme ich in meine Mediathek. Hier habe ich jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Nummer 1, ich klicke auf Dateien hochladen und lade mir eben Bilder für meine Galerie einmal hoch. Oder ich gehe auf Mediathek und wähle die Bilder aus, die ich eben haben möchte. Ich würde mir jetzt einfach mal sechs Bilder auswählen. Das bedeutet, einfach mit der Maus links klick auf das Bild. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die würde ich jetzt einmal hier nehmen. Und du solltest natürlich auch darauf achten, dass dein SEO stimmt. Also deine Suchmaschinenoptimierung bedeutet, dieser Titel hier, der wird immer automatisch hier ausgefüllt, je nachdem, wie eben dein Bild benannt wurde vor dem Upload. Denk dran, zum Beispiel ein Keyword immer pro Blogbeitrag bei dir festzulegen. Und dann logischerweise sollte auch das Bild zu deinem Blogbeitrag die Beschriftung von dem Fokus-Keyword haben. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist dann eben in der Regel standardmäßig hier bei Titel drin. Und das dann immer nochmal einmal kopieren und bei Alt rein und in die Beschreibung genauso rein. Das sind natürlich jetzt nur meine Testbilder, bedeutet ich lasse das einfach mal so. Und noch ein Hinweis, damit die Galerie am Ende schön aussieht, solltest du darauf achten, dass die Bilder die gleiche Größe haben. Man kann natürlich im Nachhinein auch noch viel adjustieren, sage ich mal, aber man erspart sich viel Arbeit, wenn die Bilder einfach von vornherein für eine Galerie die gleiche Größe haben. So, ich klicke jetzt hier auf Neue Galerie erstellen und dann sage ich jetzt Galerie einfügen. Hier könntest du jetzt, bevor wir auf Galerie einfügen, klicken, auch noch die Bilder sortieren, dass du sagst, okay, ich will das in dieser oder in jener Reihenfolge haben. Stell das gern so ein, wie du es haben möchtest und dann sagst du eben Galerie einfügen. So, und bitte vergiss nicht meinen Tipp, dass die Bilder optimalerweise gleich groß sein sollten, weil wir schauen jetzt mal kurz hier einmal woanders hin und zwar auf die Pro Elemente. Du siehst hier die Galerie von Pro und du erkennst schon dieses Layout hier. Das hat auch einen Namen und zwar Messenry oder irgendwas in die Richtung, können die Bilder dann eben auch unterschiedlich groß sein. Aber wir gehen jetzt erstmal die Basic Widgets von Elementor durch und das, was wir hier jetzt eben sehen, ist hier im Bereich generell diese Basisgalerie. Sind die Einstellungsmöglichkeiten nicht so groß? Lange Rede, kurzer Sinn, schau, dass deine Bilder gleich groß sind. Eine einfache Möglichkeit, sowas zu machen, ist aber wieder hier bei stefan-wirt.de, im Bereich Tools, misscrollen ein kleines Stück nach unten und da findest du auch Canva. Kürzen wir jetzt ein bisschen ab an der Stelle Bildbearbeitung, all solche Sachen. Wenn dir Photoshop zu viel ist, schau dir gern Canva einfach mal an. Okay, unsere Galerie. Wir haben die Bilder ausgewählt. Jetzt fällt mir zuerst auf, sieht noch ein bisschen komischer aus, weil wir haben ja sechs Bilder, jetzt sind oben vier und unten zwei. Macht nicht so richtig Sinn. Bedeutet, hier können wir die Spalten einstellen. Da sind wir aktuell bei vier. Würde ich jetzt natürlich sagen, okay, einmal drei Spalten. Wir könnten natürlich auch zwei Spalten nehmen. Sieht auch gut aus. Ich würde mich jetzt mal für die drei entscheiden. So, dann können wir hier die Bildgröße festlegen. Aktuell Stumpnail 150x150. Können wir jetzt auch einfach sagen, wir machen Medium 300x300. So gefällt mir das doch schon richtig gut. Link können wir hier auch was einstellen. Und zwar, standardmäßig ist das auf Mediendatei gesetzt. Bedeutet, wir gehen mal in den Vorschau-Modus. Ich klicke jetzt hier drauf und dann, aha, jetzt geht hier eine, so wie ich finde, sehr, sehr schöne Lightbox auf. Und ich denke, das macht Sinn. Das ist wirklich ein sehr nützliches Feature. Bedeutet, hier haben wir jetzt eben auch die Pfeile zur Orientierung. Hier unten ist nochmal der Dateiname jetzt mal einfach formuliert. Können wir alles noch umstellen. Dazu kommen wir gleich. Und wenn ich jetzt hier eben nach rechts einmal klicke oder eben nach links, dann kann ich mir hier die verschiedenen Bilder ansehen. Ich habe sogar eine Zoom-Funktion und zwar hier oben. Kann ich sagen, einmal auf das Plus. Dann zoomt es nochmal richtig ran. Also wenn man jetzt irgendwelche Produktfotos hat oder wirklich mal ein paar Sachen erklärt, dann macht das tatsächlich Sinn. Hier können wir in den Vollbild-Modus gehen, dass man wirklich alles noch viel, viel besser erkennen kann. Finde ich richtig, richtig cool, diese Lightbox. Dann haben wir hier noch so ein Pfeil. Können wir auch mal draufklicken. Da könnten wir sagen, auf Facebook teilen, Twitter teilen, anheften oder sogar Bild downloaden. Okay, und wenn wir uns dann hier eben zu einem Produkt informiert haben, so eine Galerie macht natürlich auch viel Sinn, wenn du einen Shop hast, dann haben wir hier alles gesehen. Und wir drücken einmal auf das X. Dann geht diese Lightbox wieder zu. So, und warum habe ich dir das jetzt gezeigt? Weil diese Lightbox einerseits ziemlich cool ist und auf der anderen Seite hängt das eben mit dem Link hier zusammen, wo aktuell die Mediendatei eingestellt ist. Wenn wir jetzt nämlich sagen würden, keine, und wir gehen jetzt mal in die Vorschau, dann siehst du, wir können hier probieren drauf zu klicken, geht dann eben keine Lightbox aus. Also diese kleine Feinheit entscheidet tatsächlich drüber, ob diese Lightbox aufgeht, ja oder nein. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal auf der Mediendatei belassen. So, dann haben wir hier noch Lightbox aktuell Vorgabe. Vorgabe ist auf ja, bedeutet, wir haben es gerade gesehen, die geht dann hier so einmal auf. Was passiert, wenn wir jetzt sagen, Lightbox, nein? Wir können es ja einmal testen, Vorschau-Modus, und wir klicken da drauf, siehst, es passiert nichts. Also hier macht es natürlich Sinn, zu sagen, ja, oder eben Vorgabe. Dann können wir hier die Bilder noch sortieren. Da gibt es eine ganz interessante Funktion, und zwar Zufall. Bedeutet, wenn du selbst vielleicht auch ganz oft auf deiner Website bist, dann sieht das immer ein bisschen anders aus. Das weiß nicht, kann man machen, muss man nicht machen. Die Funktion gibt es auf jeden Fall hier, dass man das nach Zufall sortieren kann. Ich lasse es jetzt einmal auf Vorgabe. Ja, das war es schon gewesen zu den grundsätzlichen Inhaltseinstellungen, sage ich jetzt mal. Wir schauen uns jetzt mal den Bereich Stil an. Ich mache das kurz zu. Da haben wir einmal die Einstellungsmöglichkeiten für die Bilder und einmal die Einstellungsmöglichkeiten für die Bildunterschrift. Schauen wir erst mal bei Bilder rein. Hier können wir jetzt sagen, Abstände, aktuell Vorgabe. Du siehst schon, das ist hier sehr gedrungen, also das gefällt mir noch nicht gut. Da kann ich dann hier eben sagen, Abstand individuell. Und dann, okay, habe ich hier diesen Regler. Ich kann mir die Abstände dann so einstellen, wie es mir eben gefällt. Ja, so finde ich das jetzt ganz schön. So würde ich es lassen. Und dann haben wir hier noch einen Rahmentyp. Aktuell haben wir keinen. Ich muss sagen, durchgezogen, doppelt, gepunktet, gestrichelt oder Groove. Verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Der Klassiker wahrscheinlich durchgezogen. Breite kann man hier einstellen. Ich mache es jetzt mal ganz fett auf 10. Natürlich nicht so schön. Ich finde mich da oft im Bereich von 3 wieder. Finde ich ganz schick. Farbe des Rahmens kann ich hier auch noch einstellen. Zum Beispiel so ein Gelb oder was auch immer. Kommt natürlich darauf an, was du für einen Stil auf deiner Website hast. Eckenradius könnte man hier auch noch einstellen. Zum Beispiel 20. Dann ist das eben alles so ein bisschen abgerundet. Achte da drauf, dass du das nicht immer bei jedem Widget alles unterschiedlich machst, sondern überleg dir vor der Website-Erstellung einmal, okay, Eckenradius bei Bildern, Formularen, Buttons etc. Sollen die bei 0 sein, bedeutet so eckig oder willst du dort vielleicht eine 5 drin haben oder gar sehr runde Ecken, bedeutet eine 20. Überleg dir da einmal den Stil, mach das in deinen grundsätzlichen Einstellungen, in deinen Theme-Einstellungen und dann wird das meistens sowieso schon immer so übernommen. Aber da eben nicht zu viel durcheinander mixen. Dann haben wir hier die Bildunterschrift. Ich habe jetzt gerade gemerkt, wenn wir eben bei Bildunterschrift Anzeige zwischen Zeigen und Verstecken hin und her schalten, verändert sich nichts. Woran liegt das? Da müssen wir einfach nochmal beim Inhalt reingucken und ich suche mir jetzt mal ein Bild aus. Zum Beispiel einfach das erste. Hier unten haben wir noch Beschriftung. Da ist logischerweise, ich habe es ja auch am Anfang gezeigt, noch nichts drin. Und jetzt wird man einfach mal hier sowas reinschreiben wie Bild 1 Beispiel. Wir klicken auf Galerie einfügen und dann sehen wir eben auch, was sich verändert, wenn wir eine Bildunterschrift so eingefügt haben, wie du es gerade gesehen hast. Bedeutet, ich klicke hier einmal wieder auf unsere Galerie und im Bereich Stil, Bildunterschrift können wir jetzt eben sagen hier zeigen. Und man sieht sie jetzt hier oder eben verstecken. Und das Coole ist, wenn wir sagen zeigen, kann man die Sachen wirklich noch sehr schön sauber beschriften. Nochmal der Hinweis an der Stelle, irgendwelche Produktbilder, wenn man jetzt einen Shop hat oder so, finde ich mega, mega cool. Einmal zeigen, dann können wir sagen, entweder links oder center oder rechts oder ausgerichtet. Center macht wahrscheinlich in den meisten Fällen auch am meisten Sinn. Textfarbe können wir hier noch einstellen, aktuell standardmäßig könnte man zum Beispiel sagen, okay, das soll unsere Akzentfarbe sein. Typografie können wir einmal draufklicken und hier haben wir dann wieder alle möglichen Einstellmöglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Zum Beispiel könnte man das jetzt fett machen. Man kann die Größe hier variieren, wie groß oder klein das eben soll. Die Zeilenhöhe können wir hier festlegen. Das bedeutet, wenn wir sagen, okay, das soll bitte näher am Bild dran sein, dann können wir das hier auch noch entsprechend einstellen und so weiter und so fort. Okay, und hier unten haben wir noch den Klassiker, den Textschatten, der, wenn ich ihn verwende, mache ich hier die Opacity immer noch ein Stückchen runter und im Regelfall Unschärfe auf 10. So gefällt mir das immer am besten, so ganz dezent. Brauchen wir jetzt hier aber nicht den Textschatten. Ja, und das war es eigentlich schon gewesen zur Basic-Galerie von Elementor. Dazu brauchst du kein Elementor Pro. Das ist alles in der kostenlosen Gratis-Version mit drin und finde ich persönlich mega, mega cool, sodass eben quasi so gut wie jeder in der Lage ist, sich so eine richtig schicke Bildergalerie auf die Website zu packen. Ja, wenn dir dieses Basic-Video zu den Grundlagen von Elementor gefallen hat, dann zeig mir das gerne, indem du hier gerne einmal auf Abonnieren drückst. Lass gerne einen Gefällt mir da, lass gerne einen Kommentar da und dann bin ich mir sicher, dass wir zwei uns auch in einem der kommenden Videos wiedersehen. Ich freue mich schon auf die Komplettanleitung, habe es schon ganz oft gesagt, aber wann, wenn nicht jetzt, soll ich die ganze Serie durchziehen? Einmal zu allen Widgets von Elementor. Das ist jetzt am besten, wenn der YouTube-Kanal noch ganz brandneu ist, wenn die Website ganz neu ist und wenn das dann einmal durch ist, dann gibt es Komplett-Tutorials. In diesem Sinne freue ich mich, dich auch in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir allzeit viel Erfolg bei allen deinen Projekten und immer daran denken, das Wichtigste an der Sache ist Spaß und Freude beim Arbeiten, während des Arbeitens. Wenn du gerade mit Elementor oder mit der Website-Erstellung angefangen hast, sei ein bisschen nachsichtig mit dir. Gehe eine Stufe nach der anderen, halte dein Design, deine ganzen Layouts am Anfang so sehr einfach und denk nicht zu kompliziert, dann kommst du auch schneller ans Ziel. So oder so wünsche ich dir viel Erfolg und sage bis zum nächsten Video. Dein Stefan. Ciao.